Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mit dem Tor sieht es gut aus für Sie in diesem Endspiel Aber der Gegner wird nochmal aufdrehen, da bin ich mir ganz sicher Die geben sich doch nicht einfach geschlagen Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung Gute Ecke, sehr guter Kopfball und der Ball ist drin Und Tor! Sie machen das hier ganz stark, die Führung ist schon jetzt komfortabel Eine souveräne Vorstellung bis hierher, so verdient man sich den Titel Damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet Sie kontrollieren diese Partie und hatten mehr Er steht gut und hat den Ball Er versucht's und da ist das Tor Das macht er ganz cool Wo andere vielleicht die Brechtstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik Und er macht's genau so, wie man's von ihm erwartet Da kommt der Schuss Der Ball ist drin Leider ist er heute Ein Unsicherheitsfaktor Ein gebrauchter Tag für den Keeper Und jetzt per Kopf Den Ball bekommt er nicht richtig platziert Ja, den trifft er nicht richtig voll Und das ist dann kein gefährlicher Kopfball Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten Eine starke Aktion von beiden Der Elfer passt Den Elfer hat er ganz cool verwandelt Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern Aber er lässt sich nicht kirre machen Das ist korrekt, es gibt Gelb Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung Sie wollen zumindest noch ein Tor aufholen Aber hier hat's nicht geklappt Sprecher 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 Vielen Dank.